Wir dürfen ganz herzlich Fußball-Prominenz bei uns begrüßen, Steffen Baumgart. Schön, dass Sie bei uns sind. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich vorneweg sagen, das erste Mal, dass ich Sie sehe und Sie haben meine Jacke an. Ja. Aber ist doch okay. Ich ziehe auf deine Jacke an. Am Rand ist ein bisschen, aber hier muss ich mich ja nicht bewegen. Hier darf ich ja stehen. Das funktioniert schon. Schön, dass Sie bei uns sind. Und dazu muss man natürlich sagen, Sven Felski hat das eingefädelt so ein bisschen. Denn ihr beide kennt euch ganz gut. Woher gibt es diese Kontaktfälle? Na gut, wir sind jetzt beide so Ende 20, war, Baumi? Ja, und wir haben uns einfach beim Fußball kennenlernt. Auch wenn er auch gerne beim Fußball. Von daher Sport interessiert. Und beide Berliner Schnauzen, sage ich jetzt mal. Und von daher, das passt sehr gut. Und ich freue mich, dass er hier ist. Ja, und zwei Berliner Schnauze kann man natürlich immer gut im Studio vertragen und ehrtragen auch. Steffen Baumgart, Eishockey, ist das so ein bisschen so eine heimliche Leidenschaft von Ihnen schon immer gewesen? Leidenschaft, ich glaube, Feller hat es richtig gesagt. Es geht einfach interessiert am Sport. Und viel geiler ist einfach, wenn du die Atmosphäre hast, wenn du die Stimmung hast, die wir jetzt wieder haben dürfen. Und es macht einfach Spaß, da zu sein. Und das hat jetzt nicht nur was mit Eishockey zu tun. Ich bin bei sehr, sehr vielen Sportarten, die ich auch gucke. Aber Eishockey und dann natürlich Eisbären. Ich habe noch die Kölner Haie gesehen. Ich wollte es gerade sagen, die werden was sagen, wenn sie die jetzt hier sehen. Nein, nicht unbedingt. Ich glaube, wenn du lange in Berlin bist, dann kannst du dich natürlich auch nicht verstellen. Musst du, glaube ich, auch nicht. Und seitdem wir bei dem Spiel, ist es meine Tochter mit einmal großer Eishockey-Fan. Also hat was gebracht.